Hallo zusammen, ich habe hier einen WEMO 47N und dieser WEMO 47N gibt es nicht mehr. Der 46er wäre das Nachfolgemodell. Dieser WEMO 47N ist vom Jahr 1994, also der ist jetzt 26 jährig. Der Kompressor läuft nicht sauber. Hier drinnen drin ist er noch in Chromstahl. Hier habe ich eine Türe und ein kleines Eisfach. Die Türverriegelung läuft hier über diesen Zapfen, primitiv einfach war das und hier eine Lüfterstellung für den zweiten Zapf. Wir schauen uns das jetzt im Detail an. Eben hier diese Stellung, da konnte man Lüfterstellung oder zumachen und den Kühlschrank verriegeln. Hier innen drin Chromstahl, dann waren hier so Halterungen. Das Tippenschild schauen wir uns der Rückseite an und hier gingen schon 1,5 Liter Flaschen rein. Ich habe den Thermostaten, hier könnte ich regeln von 0 bis Maximum. Das war Technik hergestellt bei uns. Hier habe ich ein Tippenschild, eine Reparatur. Der war also 2003 mal hier zur Reparatur. Dann hier unten habe ich das Tippenschild. Das ist eben ein WEMO 47N und hier hinten habe ich die Serienummer. Das ist 19 14 10 94, 12 Volt. Und das ist ein Dampfus BD 2,5 F für R134 A und hier noch diese separate Steuerung. Ja, hier ist der Kompressor kaputt. Diese BD 35 F, die haben das Problem, dass sie ja nicht ganz der Rotor hinten drin bleibt hängen und so funktioniert er da nicht mehr. Der Kunde hat einen neuen gekauft, ein 46 F ohne Eisfacher, weil er in den letzten 26 Jahren das Eisfach kaum gebraucht hat. Dann mache ich euch hier einen Link, der 46 F, auch mit externem Kühler gegart und hier in mein kleines Museum, wo ich alle Kompressoren vorstelle und Verschiedenes von den letzten paar Jahren. Ich wünsche euch einen schönen Tag.